Weißt du was, an den ich letztens denken musste? Nein. An diesen Vertreter von Ravensburg. Ah, mit dem K irgendwas. Ja, genau. Wenn der immer gesagt hat, mein Lieblingspappbilderbuch. Stimmt, dann sind wir fast abgebrochen. Wie kann man mit über 40 ein Lieblingspappbilderbuch haben? Jetzt weiß ich es, wie es geht. Wie denn? Ich habe ein Lieblingspappbilderbuch. Oh, ja, das gefällt mir auch sehr.